Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Anbieter für Dienstag, den 21.01.2020 und das ist eine schwere Geburt hier im DAX. Also ich fussel mir hier den Mund fusselig, ne wie sagt man, ich rede mir den Mund fusselig. Seit Tagen, letzte Woche schon haben wir es eingeleitet, kann das Allzeithoch jetzt hier langsam mal kommen. Es kann geboren werden, ein neues Hoch, ein Kurs, den wir noch nie im DAX hatten. Wir haben diese Möglichkeit nun schon seit ein paar Tagen, seit sich der DAX hier oben so lange seitwärts schiebt. Also wenn er jetzt zum Dienstag nicht kriegt, ich glaube, also dann fresse ich meine AA, wirklich. Also das sind jetzt 22 Punkte. Aber wenn er das nicht kriegt, ich weiß nicht, dann gehe ich persönlich nach Frankfurt und dann klebe ich dem ein. Also ganz ehrlich, das ist jetzt ja auch langsam nicht mehr lustig, ne. Kann man mal machen, mal kurz einfach drüber schlagen. Wenn wir Glück haben, ist es sogar schon vor 9 Uhr gemacht. Einfach mal kurz draufsetzen, sodass man dann in Frankfurt 9 Uhr im Sklederhandel sogar auf neuem Allzeithochkurs eröffnen kann. Die Möglichkeit haben wir nun. Und so eine gute Ausgangslage hatten wir dafür auch noch nie. So nah waren wir noch nie dran. Es wäre jetzt mal eine Maßnahme, einfach da drüber zu springen. Da kann man auch sagen, gut, das sehen jetzt alle kommen. Aber den Zustand, den haben wir schon seit ein paar Tagen. Und Sie sehen, der Markt drückt trotzdem immer näher. Ich gehe davon aus, dass er das auch einfach mal durchstark will. Das hat gewissermaßen auch so eine Anziehungskraft wie so eine 200-Tage-Linie. Wenn der Markt da in der Nähe ist, das zieht den dann irgendwann da auch ran. Und deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass wir zum Dienstag jetzt wieder mal in Kontakt sehen. Bevor wir jetzt hier mal noch die Eckpunkte ausgucken, noch eine Sache, die mir wichtig ist. Der Rudolf hat mir heute geschrieben. Er kann aus familiären Gründen nicht am Seminar teilnehmen. Das ist nun schon am 1.2. Februar in zwei Wochen. Ich habe bereits zwei Leute aus der Warteliste bereits nachrücken lassen und habe alle angeschrieben, die noch in der Warteliste drin waren. Es ist denen jetzt zu kurzfristig gewesen. Die haben sich jetzt schon andersweitig orientiert und nicht mehr damit gerechnet, dass nochmal ein Platz frei wird. So wie es aussieht, wird aber nochmal ein Platz frei. Der Rudolf hat gefragt, ob wir jetzt hier oder ich frage jetzt für den Rudolf, ob sich noch jemand findet, der für den Rudolf kommen könnte. Dann wäre da nämlich noch ein Platz zu haben beim Seminar, wenn da Interesse besteht bei jemandem. Ganz kurzfristig am 1.2. Februar Seminar in Frankfurt. Das letzte Seminar, was wir überhaupt machen. Es gibt keins mehr, dadurch, dass wir dann nach Zypern umgezogen sind. Wer da kommen möchte, einfach mal melden. Einfach eine E-Mail martin-monkeys.de oder gucken Sie auf Facebook und wo man nicht überall findet. Dr. Martin Kabum kann man auch unter die YouTubes-Videos schreiben. Irgendwie findet man schon zueinander. Ich kann auch einen Link nochmal mit... Ne, den Link kann ich nicht mit unten dranhängen, weil man kann es nicht mehr buchen. Es ist ja ausverkauft gewesen oder ist auch noch, stand jetzt ausgebucht. Ja, ich wollte bloß gesagt haben, also Rudolf hat gesagt, er kann aus familiären Gründen jetzt kurzfristig oder muss kurzfristig absagen. Und dann wäre er noch einen Platz frei. Wäre schade, wenn der leer bleibt. Das ist das letzte Seminar, das muss, denke ich, nicht sein. Gut. Okay. Ansonsten, ja, Seminarpreis, das vielleicht auch noch dazu zu sagen, würde dann quasi das, was übernommen werden, was der Rudolf jetzt bezahlt hat. Also das auch mit Gutschein und so weiter, das machen wir dann natürlich. Ne, die 500 Euro, die würde man dann auch nochmal kriegen. Das ist ja so jetzt auch schon verbucht gewesen. Es geht jetzt nur darum, dass der Kollege, der da jetzt familiär verhindert ist, dann vielleicht nicht auf den Kosten sitzen bleibt. Und jemand, der tatsächlich noch kommen möchte, aber bisher dachte, dass es ausgebucht ist und chartet, dann kann ich ja doch nicht mehr hinkommen. Eben noch die Möglichkeit hat zu kommen. Ne, deswegen einfach das kurz erwähnt. 1.2. Februar, das ist in zwei Wochen, wer da kurzfristig noch sich für entscheidet. Und letzte Chance überhaupt zu kommen, ne. Gut, jetzt gucken wir hier kurz drauf. Mir ist ganz, ganz, ganz wichtig im DAX. Oben das Allzeithoch. Das Allzeithoch, man darf es nicht unterschätzen. Ich will es nicht überbewerten, aber man darf es nicht unterschätzen. Das ist ein Punkt, an dem kann sich ein Markt auch mal richtig ausbeißen, ne. Ausbeißen meine ich, dass man da auch mal 200, 300, vielleicht sogar 500 Punkte weg reagieren kann nach unten, ne. Also das ist der markanteste Widersteck. Sie können gucken, auf welche Zeiteinheit Sie wollen. Tageschart, Wochenchart, Monatschart, ne. Wenn Sie weit genug rauszoomen, haben Sie immer irgendwo einen ganz markanten Punkt, der raussticht. Das ist hier oben. Das ist wie hier das Tief unten, ne. Wenn man fragt, wo ist das markanteste hoch, dann ist das das. Wo ist das markanteste Tief, ist das das. So, und das markanteste hoch ist einfach da oben. Am letzten Allzeithoch. So, und da schlagt wir jetzt wieder drauf. Zwei Tage, naja, nicht ganz. Ein Jahr, also zwei Jahre minus zwei Tage. Am 23.01.2018 haben wir das zuletzt geschlagen. Am 24. sogar. Und jetzt ist der 20.01.2020, also zwei Jahre später. Man kann schon einkalkulieren, dass das reagieren kann, ne. Also man sollte da sehr aufpassen. Wir haben auch hier oben so eine Channelkante, die wir von unten anlaufen bei 6.38. Also wenn der Markt zum Beispiel so die 6.50, 6.35 da anschlägt und schnell zurückkommt. Bisschen aufpassen, nicht unterschätzen. Das ist ein wichtiger, wichtiger, wichtiger Widerstand. Wenn der nach unten reagiert und er uns Umkehrsignale bringt, können die richtig, richtig, richtig auch Feuer dann mitziehen. Weil dann Leute auch da Gewinne rausziehen können. Aber das soll jetzt nicht heißen, wenn der Markt jetzt über die 600 geht, über die 13.600, dass man dann massiv Short gegenballern muss. Das halte ich auch nicht für richtig. Also ich persönlich würde das schon so handhaben, dass man versuchen kann, da noch was oben raus mitzunehmen. Und wenn der Markt stabil bleibt und sich drüber schiebt, auch versuchen kann, oben raus nochmal was long mitzunehmen. Auf eine 13.700, 13.800 kann man durchaus mitgehen und hinhandeln. Wenn der Markt zeigt, dass er stabil ist und dass er hier ruhig bleibt. Wenn er so bleibt, wie zum Beispiel am Montag hier, ruhig, stabil, sich durchdrückt, dann hat er die Möglichkeit 700 noch. Der hat sogar die Möglichkeit, die 13.800 jetzt schon am Dienstag zu erreichen. Leute, das sind 220 Punkte. Das ist ein Witz. Das schafft ein Dax locker an einem Tag. Das ist für den nicht mal ein besonders großer Tag. 220 Punkte. Also bis 13.800 würde ich ihm schon Platz geben am Dienstag, wenn er hier oben das sauber verarbeitet kriegt. Bekommen wir aber Umkehrsignale. Bekommen wir starke Rücksetzer. Bekommen wir fette rote Kerzen von der 600 weg nach unten. Dann ein bisschen achtsam sein. Erste Zielstation wäre weiterhin die 4.65, 4.55. Dort könnte man schon nochmal vielleicht eine Umkehr reinkriegen, aber sollte auch das das nicht hergeben, wäre dann tatsächlich Reaktionsziel hier unten zu sehen. Das würde ich schon sagen. Also wenn der von da oben kommt, locker kann er das packen. Das ist ein gigantisch wichtiger Widerstand. Wenn der angenommen wird vom Markt, wenn der richtig verarbeitet wird nach unten, dann kann das knallen, dann kann der hier richtig weggehen. Aber nicht unterschätzen, wenn der Markt drüber geht. Wenn er ruhig drüber steigt, haben wir gute Potenziale. Dann kann man auch Intraday, wenn man sieht, die Kerzen bleiben ruhig, der dreht wieder auf, immer nochmal wieder long mitgehen. Da gibt es genug Setups, mit denen man sowas machen kann, dass man sich dann einfach auch kurzfristig da noch was rausbeißt. Aber eben aufpassen, das ist eine knackige Zone da oben. 600 bis 630 ist, das wird eine knackige Zone. Die kann zwirbeln. Das Einfachste, was er machen könnte, wäre wirklich per Gap drüber zu springen. Weil das fast noch die beste Wahrscheinlichkeit hätte, nachhaltig dann in den Anstieg reinzugehen. Ansonsten, das könnte dolles hin und her geben. Da sollte man sich drauf einstellen, dass es ein bisschen knirschelt. Aber trotzdem sehr feinfühlig sein. Es ist eine sehr wichtige Zone. Und ich glaube, da liegen auch so viele Stops drüber, über der 13.600. Also, die 13.800, ich sage es nicht ohne Spaß. Also, kann der sich schnappen? Kann er sich locker zum Dienstag schnappen? Wenn der oben anfängt, in die Short-Stops reinzuarbeiten, dann, und da auch genug liegt, dann, das packt er. Kann er packen. Aber Sie haben es gehört, das ist eine wichtige Unterstützung. Also, wenn da eine lange rote Kerze hinkommt, kann man vielleicht auch mal erstmal ein bisschen long reduzieren. Ich habe selber auch noch was drin liegen. Würde ich persönlich dann auch rausziehen, wenn hier die erste rote Kerze dann reinkommt. Und ansonsten, ja, ich glaube schon, dass der sich das jetzt mal holt. Also, das jetzt wieder versaut, dann esse ich die AA. Wirklich, wirklich. Nee, das, 20 Punkte, die würde er sich der Wunde holen können. Also, Dienstag sind ja auch nicht so bekannt dafür, dass sie massiv nach unten wegbrechen. Von daher, das passt eigentlich. Also, die Chance ist denn schon gut, dass wir eins kriegen. Für den Dienstag kann man jetzt eigentlich hier schon als gegeben sehen, dass wir eins bekommen. Die Frage ist nur, wie und wann. Ob wir überhaupt die Möglichkeit haben, das zu handeln oder ob wir gleich durch den asiatischen Handel so weit oben reingestellt werden, dass man da, dass schon wieder der ganze Spaß vorbei ist, wenn man früh aufwacht. Wir schauen mal. Gut, dann das dazu. Denken Sie mal an das Seminar für diejenigen, die das frei ist. Also, ich glaube, der Rudolf Heerer da sehr dankbar, wenn er den Platz noch da wegbekommt. Ist ja schon auch weiter über die Stornofrist raus. Also, es ist schon verbucht, das Seminar. Sie würden das dann quasi von ihm übernehmen. Ich würde das dann aber alles machen. Das ist kein Thema. Das kriegen wir hin. Wer da Interesse hat, einfach melden. Das kriegen wir hin. Und gut. Das dann dazu. Tagesschart auch so. Sieht gut aus. Bänder drehen nach oben auf. Aufwärts drehen. Grüne Kerzen. Ist jetzt hier erstmal bestätigt. Auch im Tagesschart haben wir hier eine 13800, die möglich wäre. Und wir haben hier so einen Bereich um 13,620, 13,650, wo man ein bisschen aufpassen sollte. Da kommt hier so eine Channel-Kante. Fragen sich wahrscheinlich viele, wo kommt die her? Das ist eine alte. Wie kriege ich denn die Ihnen am besten gezeigt? Hier liegt sie viel weiter oben. Da muss ich mal kurz gucken. Warten Sie. Kriegen wir aber hin. So, gucken Sie, haben wir das auch. Ist quasi der Aufwärtstrend, den wir ab 2016 hatten. Sie erinnern sich, 2015 ging es da so lange runter. Hier mit der Ukraine-Krise und so weiter. Dann kam Trump. Dann kam Trump. Seitdem Rally ohne Ende. Ging es dann hoch bis zu 13.600. Dort kamen dann Bridgewater. Die haben hier massiv abverkauft. Dann kam es wieder Erholung. Dann ging diese ganze Zoll-Thematik hier in die großen Runden. Und seitdem haben wir ja relativ straffes Programm wieder auf der Oberseite. Und das ist die alte Kante, die man von unten anläuft. Auch das ist sowas natürlich vom Markt auch gerne nochmal angelaufen. Okay, gut. Dann jetzt aber zu. Soll es das soweit sein? Ja, ich wünsche Ihnen was. Gutes Gelingen, maximale Erfolge. Und wegen dem Seminar. Ich hänge mal einen Link mit dran. Aber ja, einfach gucken. Ich glaube, es gibt so viele Kontaktmöglichkeiten, wie man sich bei uns melden kann. Das kriegt man dann schon hin. Alles klar. Dann, ich wünsche Spaß. Ciao. Schönes Allzeithoch. Zwinker war das dieses. Das war ein Zwinkern. Also, wir hören uns morgen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.